Musik Hä? So das Tocke ist soweit und dann ist es fertig Ich weiß gar nicht ob ich den Bären drucken kann, hab ich noch nie probiert So Scheiß Vogel Alles klar Dann gehen wir mal wieder zurück hier Wir müssen ja immer noch ein paar Hasen fallen bauen Geschweige denn die Hasen die wir gefangen haben Warte den fangen wir uns jetzt Den fangen wir uns jetzt Weißt du Der Ärmste So Nemo Na nimm doch So Nemo 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 So Da drauf Und da drauf Na Set Trap Jetzt noch den da mitnehmen Und jetzt brauchen wir eine ganze ecke Scheiße Wir brauchen mindestens 15 mal 20 mal wäre optimal Weil wir müssen ja noch die verdruckneten Büsche wieder ganz machen Ich glaube so viel werden wir nicht bekommen Oh Okay Das ist jetzt Ich kann aber nicht mitnehmen Egal Oh Genauso wäre nicht wie das Ach der eine Funke ist einmal zu einer Feder geworden Na gut Dann muss ich das zeug mal kurz weg bringen Hase 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 Dann können wir ja mal gucken ob wir die Pflanze auch trocknen können Und wenn der Crock-Pot am liebsten wäre eigentlich Für Food Brauchen wir Kohle und Steinwelle Haben wir denn noch Steine Wir haben noch Steine Aber nicht genug Wir bräuchten noch 4 Steine mehr Sieht aber düster aus Für 4 Steine mehr So Klack Und Klack 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 Jetzt haben wir noch ein bisschen Kacke gefunden Warte Oh Klack 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 Reicht natürlich bei weitem nicht aus Haben wir nämlich noch wels Nein theres yo noch sowas Oh Wollte ich nicht okay Heilsalber haben wir hier noch, könnte man machen Okay, da haben wir hier noch einen Vogel, nehmen wir mit Wenn man da findet, die Kunden schlüpfen, nehmen wir da Wir haben also sonst nichts zu essen Äh, Quatsch, nichts zu essen, nichts zum Düngen, das ist ein bisschen doof Jetzt können wir noch hundertprozentig für das Survival langsam mal hier so ein Ding machen, oder? Braucht ein Seil Und fünf Rollen, na klar, sechs Dinger in der Klasse Aber genau eins zu wenig, hier ist auch keins mehr gerade Was neu ist, kann ich trotzdem machen, naja, hier den ganzen Gold Spaß Gold packe ich mal weg Brauche ich gerade endlich, genauso wie das, da brauche ich nicht, das, da brauche ich nicht Oh Das, da brauche ich nicht, das, da brauche ich nicht, das, da brauche ich jetzt nicht Äh, das, da brauche ich jetzt auch nicht Und das Holz ist auch gleich wieder alle Das, da brauche ich jetzt auch nicht Das, da nicht, das, da nicht Jetzt ist es Zeit, den ganzen Spaß hier rauszurumpen So, klack 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 Und weg, weg, weg Oh Oh Vorne eine Spitzhacke Hab ich einen Schwein Das hätte doch ganz schnell mal übergreifen können So Klack 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 Sehr schön damit ist der gruselwein auch mal weg hier ich hab ja echt gruselig ich bin hier nicht gerade reingegangen so klack, klack, klack hopp so den ganzen Spaltier auch mal weg so huch du hast hier noch alles aufheben können dann der braucht immer so 5000 Minuten bis er sich gebückt hat in der Zeit habe ich schon nichts weiter geklickt 1 2 3 4 na, nimm nimm doch mein Gott ich bin viel zu ungeduldig für den kleinen Mann Ja mehr her auch hier natürlich alles voll mit dem Spaß Bin ich hier schonmal durchgejumpt? Anscheinend nicht, weil ich einfach hier bin. Ich weiß nicht wo das ist, ich weiß nur, dass ich Feuerwehr bin. Sieht man das? Nö. Bisschen hoch ist alles niedergebrannt, interessant. Ja wo bringe ich echt meinen Rest des Tages damit den Spaß hier abzuahnden? Was anderes bringt jetzt eh nichts mehr. Gehen wir in den Baum mit. Sooo. Klapp, 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 hopp, 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 hopp. Sollte es wirklich jetzt schon Nacht werden, äh jetzt schon Winter werden, weil ich doch in kurzen Tagen eingestellt habe, dann haben wir uns schonmal eine super Wärmequelle geschaffen. So, weg damit, weg damit. Nehmen wir noch mit, äh nehmen wir noch mit. Klack. Nehmen wir noch mit. Klack. Und ab nach Hause. Was haben wir hier noch? Probieren. Küche werden jetzt alle weg, langsam. Und auch das Harvest-Dry ist fertig. Okay, Bären gehen schonmal nicht. Wenn Bären nicht gehen, geht wahrscheinlich gar nicht, weil Bären ist ja das Logischste irgendwie sogar noch. Sooo. Oh man, hier habt's ernten. Und da sind Wölfe. Oh man. Oh man. Na Jungs, wo seid ihr? Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Okay, von da kommen sie um. Wir müssen zu den Bisons. 80% Fackel. Alles cool, alles cool. Wir gehören grad leicht brain target, aber das passt schon. Nur ein Bisons suchen, nur ein Bisons suchen. Okay, bin schon leicht soweit. Ja. Ja.